So, Halli Hallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Als kleiner Link... Oh, wir haben drei Herzen verloren. Ach, hier ist auch nochmal ein Haus, okay. Als kleiner Link in Stadt Hyrule. Dieses Kaffee ist doch so lebendig, man hört die unterschiedlichsten Geschichten. Was sagst du? Lass bloß keinen auf uns drauf treten. Ey, gerade seid ihr sowieso sicher. Okay, ich dachte hier wäre ein Ausgang. Gut, dann wäre das schon alles, was wir hier im Kaffee machen können. So. Ah, wir müssen irgendwie Pfeil und Bogen finden. Oh, die will, die will traden. Warte. Warte, du willst fragt meine Feine, alles klar, Mann. Swoop, Gabi, Mann. Fuß, 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 Fuß. Ich habe nicht gesehen, was es aufmacht. Ein Busch. Ah, ich glaube im Norden von Hyrule, oder? Hier nördlich der Stadt. Man weiß es nicht. Doch. Gut. Ah, voll cool, Mann. Ah, Pfeil und Bogen. Wo denn nur? Du hast du bestimmt nicht. Keine Ahnung, wie ich den Geister wegbekommen. Oh, was? Du hast keine Angst. Ah. Kann man im Brunnen fallen? Oh. Ach, lol. Wir wollen keinen Brunnen fallen. Cool. Aber wir können doch nicht schwimmen. Blöd. Okay, aber merken wir uns, man kann im Brunnen fallen. Scheiße. Ah, er will auch traden. Warte, Fragmente? Okay, Mann. Wir haben keine grünen, Mann. Jan! Du Spacko. Komm, in der Bäckerei gibt es doch bestimmt Pfeil und Bogen. Na? Na? Habt ihr Pfeil und Bogen? Knet, Knet. Ne, Knet, Knet ist kein Pfeil und Bogen. Ah, verdammt. Warte, bei denen haben wir ja schon mal versucht zu traden. Was ist das denn? Hey, ach so, hier ist noch zu, Mann. Für so ein Geisterladen? Ah, hier ist auch zu, Mann. Ich kann mir noch vorstellen, dass es vielleicht im Schloss Hyrule jetzt weitergeht. Vielleicht. Also entweder Schloss Hyrule oder hier. Der Hund geht nicht aus dem Weg. Ich guck mal kurz den Raum hier an. Nö. Was hat mein Dö? Ein Fremder. Das ist aber ein toller Name. Äh, passt das? Ne. Schade. Ne, okay, dann kann man echt nichts in der Stadt machen. Dann rollen wir uns mal zu Schloss Hyrule. Swoop. Äh, ja. Ah, ich weiß, das wird das letzte Item. Das wird dann die Ocarina oder so sein, mit der wir dann Schnellreise machen können. Ha, ich hab mich erinnert, weil ich die Steine gesehen hab. Okay, dann weiß ich tatsächlich, wo wieder alles ist. Scheiße, die Wachen sind immer noch da. Hallo, du sagst du, du hast das Forst suchen. Okay, jetzt können wir auch nicht in den normalen Raum rein. Können wir hier irgendwas machen? Ne, das hier war was mit Fragmente feiern, ich erinnere mich. Ah! Hier ist ein Baum. Haha! Äh, ja, erstmal aufsaugen in den Baum. Also können wir hier vielleicht doch was machen? Hör! Weil, die Bäume können ihre Blätter verlieren. Ich will jetzt auch mal kurz mal ein bisschen Randale noch hier im Feld machen. Oh! Hier ist ja wirklich was versteckt. Ein interessanter Schlossgarten. So. Okay, klingt nach Behausungsmusik. Äh! Ich bin Maximus, der wahrhaftigste Meister der Schwertkunst von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, musst du schnell Fortschritte machen. Aber es ist viel zu dunkel hier. Ah, okay, dann brauchen wir eine Lichtquelle. Aber eine Herzeit können wir schon mal mitnehmen. Moment. So, alles klar. Okay, nimm noch einfach das Feuer auf ihn hier draußen. Stell dich einfach hier draußen hin, Mann. Okay, es gibt noch einen zweiten Schwertmeister. Und der bringt einem Wahrhaftigkeit bei. Ist ja mal cool. Okay, unter dem Gras ist allerdings nichts. Dann ist hier der Eingang. Okay, die Wachen blockieren nur die linke Seite. Warum auch immer. Weil links irgendwas cooles ist. Au. Okay, vielleicht können wir als Mini-Link was machen. Wir sehen hier die ganzen Blumenspuren. Oh. Aber erst mal rechts, da war noch ein kleines Loch. Vielleicht gibt es da ein Herzteil. Nö, ist eine Mini-Spausung. Hi. Welch selten eine Ehre, Besuch zu bekommen. Hier gibt es zwar nichts, aber bitte bleib doch ruhig aus. Ey, ich sehe doch die ganzen Teile, die du ja hast. Kann ich die nicht irgendwie runterboxen? Warte. Ah. Nee. Aber das war cool. Neun Fragmente und du willst dich tauschen. Du Arsch. Okay, war auch ein kleiner Männisch. So, aber wir können jetzt auf die andere Seite. Und wenn du den kreuzelt, ist er einfach nur noch vier Pixel groß. Hä, 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 hä. Ah, so können wir doch rüber. Ich hoffe, hier gab es ein Item. Hier unten ist ja nur die Wache, ne. Äh, deh, 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 deh. Aha. Scheiße. Scheiße, ich glaube, hier können wir doch noch nichts machen. Nee. Da müssen wir als großer Link erstmal das Gras weghauen. Scheiße. Oder hier können wir auch nicht hoch. Nö. Ach, verdammt. Wo kriege ich... Ach. Scheiße, ich brauche jetzt Pfeil und Bogen und eine Lampe auf jeden Fall. Das ist doch bescheuert, Mann. Wo kriege ich denn das her? Fuck, ich weiß gar nichts mehr von dem Spiel. Ich brauche einen Hinweis. Hier ist eine Fragezeichen auf dem Touchscreen. Oh. Bedienungsanleitung. Cool. Die Charaktere, kann ich mal kurz angucken. Stell dir ab, wo man die blöde Lampe bekommt. Links Bewegung, Items. Ach, tatsächlich. Ocarina des Windes. Da stehen zumindest die Items drauf. Cool. Okay, will ich aber nicht durchlesen. De, de, deh, deh. De, deh. Scheiße, Mann. Wir brauchen Items. Wir brauchen was zum Schwimmen. Wir brauchen den Pfeil und Bogen und wir brauchen Licht. So. Ach, eine Fehlenquelle. Süß. Ha, scheiße. Ich bin Plan des Mann. Ah, hier geht es noch oben lang. Warte. Vielleicht ist das dritte Element dann doch das Eis-Element. Und im Sumpf kann man noch gar nichts machen. Man weiß es nicht. De, de, de. Aber wir müssen auch zum Hundi gehen und dem Futter geben. Stimmt. Seeler Wasserfall. So. Hey. Oh, ist ein riesiger Wasserfall. Wahrhaft. Überwältigen Anblick. Ah, die Tür. Dafür brauchen wir die goldenen Dinger. Äh, ja. Okay. Scheiße. Tor zur Quelle ist noch verschlossen. Nein, hier müssen wir schwimmen. Ach, verdammt. Okay. Immerhin wissen wir jetzt ein goldes Fragment ist dann für Tore. Es wird auch ein zweites geben. Aber da habe ich auch wieder keine Ahnung, wo das ist. Scheiße. Wieso weiß ich nichts? Hier ist ein Loch. Cool. Wupp. Ah, dann gucken wir mal da rein. Swoo. Bestimmt sind da Pfeil und Bogen. Nein, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Swoop. Swoop. So, nochmal eine Mini-Spausung. Hi. Er will auch nicht tauschen. Du hast den Fels für mich beiseite geschoben. Endlich kann ich wieder nach draußen. Er hat auch einfach neun Fragmente in seinem verdammten Regal liegen. Und macht nichts. Was für ein Egoist. Swoo, swoo, swoo. Swoop. Ach, da haben wir schon coole Stiefel. Können nichts damit machen. Hat er auf der Farm auch noch was freigelegt. Na, immerhin können wir die freigelegten Sachen angucken. Und hier kann ich noch nach Osten weiter. Stimmt, da waren wir auch noch nicht. So, oh, ne große Truhe. Und? Hatten denn noch größere Geldbeuer? Okay, lol. Cool. Einfach so in der Truhe. Okay. Zack. Hier haben wir ja auch noch ein Minish-Ding. Keine Ahnung, was hier ist. Vielleicht kommt hier noch ein Schatz oder so. Sind zumindest Fliegen da. Ein Herzteil! Cool. Ah, falsche Taste. So, wo kommst du denn her? Die haben mittlerweile so einen Kotballen. Ja, toll. Bleib mir weg davon. Damit. Okay, cool. Random Herzteil. Coole Muschelmann. So, Hylia See. Falsche Seite. Ach, guck mal. Hier ist schon der Schnellreisepunkt freigeschalten. Gut, aber wir haben ja keine Ocarina. Deswegen. Aber wir können zum Haus von dem Alten. Ja, da ist es. Tatsächlich. Hup. Undi. Na? Äh. Wow, wow. Ja, komm. Hier kriegst du dein Futter. Und für uns gibt es eine Flasche. Oh yeah. Cool. Und hier ist noch ein Topf. Okay, einmal oben. Stuhl. Äh. Okay, als Mensch kann man hier mit ihm reden, ne? Mein Herrchen Eier kommt immer so spät nach Hause. Und er hat mir Fragmente vereint. Wo hast du denn Fragmente her? Aber er ist ein grünes. Okay, das war alles, was man hier machen kann. Einmal tauschen mit dem Hund. Wie cool. Er hat sein Futter schon leer gefressen. Während unserer Verwandlung. Und sonst können wir auch hier nicht weiter. Was soll das? Ja, also für den Dungeon müssen wir schwimmen können. Kacke. Hä, wir müssen ja echt da nach unten. Aber wir haben keinen Pfeil und Bogen. Wo kann es ihn nur geben? Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Deh, 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 deh. Scheiße, Mann. Bin wirklich planlos, ey. Hier in dieser Hütte, da gibt's doch bestimmt Fall und Bogen. Nö, ist leer, scheiße. Ah. Äh, wir sind ja Farmer, cool. Ich bestelle jeden Tag das Feld. Und dabei habe ich ein Glücksfragment gefunden, Baby. Was ist mit dir, Willstfragment? Vor allem, Baby. Oh ja, äh, bitteschön, Karo. Danke, Baby. Oh, oh, der Gerone. Kriegt der jetzt? Oh, ich fühl mich so stark. Eisenerz hier. Oh, die Wand ist explodiert durch seine starken Schläge. Endlich ist die Hoffen, ich geh gleich hinein. Geht zu dem Gerone, weil ich grad sowieso laufe, aber cool, dass man da erst was mit Fragmenten machen muss. Hey, hey, passt perfekt, Mann. Willst du auch traden? Er will auch traden. Rock'n, rock'n, rock'n'roll. Willst du Rock'n'Mann vor allem? Yeah. Ah, wieder grün, Mann, Toffel. Achso, Karo und Toffel. Gute Namen. Karo und Toffel. Ah, Maulwurf. 1, 2, 3, 4, 5. Dankeschön. Zum Geronen, geht's hier lang. Oder so. Ne, hier waren wir schon. Ah, da müssen wir doch mit dem Wind dahin fliegen, oder? Ne, Mumm. Hä, wo war denn der? War doch hier am Hügel, oder? Hä? Ach, bei der Farm oben, ups. De, 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 verplant. Oder soll ich mal zu dem Minish noch gehen? Vielleicht, vielleicht weiß der Ober, Obertyp da was? Oh, du hast mal krass zerschlagen. Du Arsch. Komm, wir gucken mal bei dem Minish. Vielleicht kriegen wir auch, auch, keine Ahnung, von ihm die Ocarina oder so. Swus, swus, swus. Weil der Typ hat uns ja ganz praktisch Bomben gegeben. Vielleicht kann er ja noch mal was machen. Es war doch ganz praktisch, wenn es Bomben gäbe. Okay, der gibt nix. Aber vielleicht ja der, der Opa hier. So, Opa mit der Stecknadel. Geht dort lang, das ist eine Abkürzung. Scheiße. Hey Leute, ich hab echt keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß echt nicht, wo der blöde Bogen ist. Das ist jetzt das wichtigste Item. Danach schwimmen und dann, keine Ahnung, von mir aus die Lampe ist mir eigentlich wurscht. Weil man die Lampe ja eigentlich immer sehr früh bekommt in Zelda spielen. Ach, man, no. Scheiße. Ich habe keinen Plan. Ich hab echt keinen Plan. Oh, shit. Lauf. Und, ja genau, stößt gegen den Bildschirmrand. Keine Ahnung, vielleicht hier unten. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wo ist denn der Bogen? Kein Plan vom Leben. Zack. Ach, da kannst du diesmal durchrennen. Okay. Zack. Ne, da ist auch nichts. Scheiße, Mann. Ich weiß nicht, wo man hier... Okay, ist ganz komisch. Okay, gehen wir nochmal in den Sumpf, komm. Oh, Mann. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man im Sumpf hier die Lampe findet. Aber wir brauchen erstmal den Bogen. Die können es doch nicht hier hinschicken, wenn man die Pegasus-Stiefel braucht, nur um den Bogen dann auch noch zu brauchen. Der muss ja hier irgendwo sein. War ich in jeder Höhle. Also, hier gab es zumindest das goldene Fragment. Ja, das war hier. Aber der verdammte Bogen? Ich raff's nicht. Also, wenn, dann würde er wahrscheinlich irgendwo hier oben sein. Mann, ich will den doch nur für... Ach, hier kann man doch rüber. Oh, ich bin so blöd. Hier kann man doch rüber. Okay, vielleicht ist hier dann... Links muss man als Minish dann schwimmen. Ne, äh? Das hoffe ich doch als Minish, oder? Wobei, Moment, Moment. Da links jetzt nicht zwangsläufig. Da kann ja eine Seerosenblüte noch sein. Ja, tatsächlich. Okay. Kommen wir weiter? Hö, pü, 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 pü. Ah. Swoop, swoop. Okay, und piu, piu, piu. Auf nach oben. Äh, nächsten Blüte im Weg. Pü, pü, pü. Und. Nach oben geht's. Nein, nein. Swoop. Okay, und hier wird der Bogen sein, nicht wahr? Es sieht vielversprechend aus. Keine Ahnung. Oder ist es jetzt einfach nur ein Herzteil? Och, komm, bitte. Bitte, Mann. Große Du... Oh, es wird der Bogen sein, oder? Oh, war das mies. Es ist der Bogen. Yes. Noch vier Items. Oh, Leute, wie nice. Okay. Nice, nice, nice. Wir haben den Bogen. Ich, äh, wandere mal auf die andere Seite wieder. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mann, bin ich jetzt happy. Bis zum nächsten Part. Euer Hans und Peter. Ciao.